Mein Name ist Marco Mazzocco, ich bin 49 Jahre alt und arbeite als technischer Betriebsleiter bei der Garage Nordsteine. Meine Funktion ist eine Schnittstelle zwischen dem Kundendienst und dem Werkstattteam und ich versuche, die Abläufe mit meinen Kollegen zusammen zu koordinieren. Ich bin Norman Lindschlidt, bin 39 Jahre alt, arbeite als technischer Leiter in der Garage Nordsteine. Wir arbeiten im VPS-Prozess. Das VPS besteht aus Drü-Abteilung, einer Serviceabteilung, einer Diagnoseabteilung und einer Reinigungsabteilung. Ich mache quasi den Kostenvoranschlag für das Fahrzeug. Dann wandert das Fahrzeug zum Team, zum Serviceteam. Danach geht es weiter in die Reinigungsabteilung und das Ganze dann ungefähr mal 10, 12 Services am Tag. Meine täglichen Herausforderungen sind, mit dem Team zusammen die Abläufe so zu steuern, dass wir die Kundenfahrzeuge zu der richtigen Zeit, am richtigen Ort und mit bestmöglicher Qualität fertigstellen können. Um den Tagesablauf einzuhalten und zu meistern, müssen alle Prozesse eingehalten werden. Das schafft man nur mit einer guten Teamarbeit und Zusammenarbeit in allen Abteilungen. An den Marken Volvo gefällt mir besonders, dass sie das sicherste Fahrzeug sein wollen, die Qualität, die Langlebigkeit und natürlich auch das Thema Umwelt, das ganz gross geschrieben ist. Und mit dem kann ich mich identifizieren. Ein wunderschönes Design, das Volvo hat. Und mittlerweile super Assistent-Systeme wie Pilot Assist oder City Safety mit automatischem Bremseangriff. Das bringt schon enorme Sicherheit.